so haben wir noch weizen da brauche ich nur ein stück von mein problem ist ich gehe gerade so ziemlich alle rewards durch und merke dass wir an quests gerade gar nichts mehr erfüllen können einfach so ja wie gesagt marcus hat ja gerade einen freezer gemacht hier ist eine clockwork engine dann können wir uns seed oil machen das hatte ich vorher endlich mal bienen anfangen nicht mal gratis antifisch live fertig damit falls ein muss ich hab noch was ich mach gerade noch ein bisschen schade jan schade okay cup aber jetzt noch Haben wir doch noch was da. Jo. Hm. Ja? Ah, vielleicht geht's doch. Was denn? Die Copper Gear. Ja, das geht. Äh, ein Glas. Schau dir, hat er vonßen können. Geht nicht. Das war dann echt kacke. Die haben alle Engines ausgenommen. Wenn sich jetzt Dynamo, guck mal nach Dynamo. Ne, ne. Es gibt die Buildcraft Engines und es gibt die Slum Expansion Dynamos. Also die sind wirklich komplett raus jetzt. Die war nicht. Oder wie? Hm. Dann brauchen wir doch noch ein Magnetic Dynamo. Gut. Ja, oder Steam Dynamo. Der ist ja dann für... Hier. Kohle. Kohle. Aber wir haben halt momentan Labe. Der B zieht das eben an. Und ich hab das Ganze in wahr. Okay. Na dann. Hm. Wenn's ne Pisten brauchst, ich hab ja jetzt eine. Pisten brauch ich nicht, aber... Noch zwei Redstone. Hm. Wird doch alles. Schon wieder zu wenig Kissen, ey. Ich überleg nur grad, welches Ziel ich mir selbst auf das ich hinarbeiten will. Gar keins. Beste Ziel brauchst. Ja, das passt aber leider grad hier nicht ganz in mein Konzept rein. Was hast du denn für ein Konzept? Ich muss mir im Harten. Oh Mann. Blackjack unten. Rücken. Wie ist das eigentlich mit den Scherben? Mit welchen Scherben? Fehlt dir nur noch, äh, vom Kopfscherben. Fehlt dir wirklich nur noch die Wasserscherbe? Mir fehlen noch fünf Scherben. Weil ich mich um die anderen jetzt nicht gekümmert hab, weil Sachen zu klein zu schlagen, was eh keinen Sinn ergibt, wenn mir eine Scherbe fehlt. Ja. Mhm. Ich klanze hier mal Gras auf dem Gras. Okay. Wir müssen schauen, ob vielleicht, dass die Tiere eher anlockt. Ja, ich glaub, wir müssen es entweder weiter wegbauen, wenn wir das Gras jetzt noch irgendwie wegkriegen. Oder ich glaub, wir hatten sogar zwei Samen. Oder mal, kurze Zeit mal weggehen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall weiter wegpflanzen, also du es nicht. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall wieder wegbauen. Achja. Hm. Machst du eigentlich grad den Redstone Dust anrucks? Ich. Okay. Irgendwann wird's grad nacht, oder wird's ja schon wieder Tag. Du musst grad nacht werden. Geh ich ins Bird. Entweder das, oder wir entfackeln mal kurz deine Basis. Das wär geil. Für Animal. Wenn ich froh, dass Mobbriefing aus ist, ich kann's nur nochmal wiederholen. Ich hab schon längst Wage quittet. Und nochmal! Wo kommen die eigentlich alle her? Ja. Ähm, Simon. Komm mal her. Ach so. Mach Geräusche. Okay. Ach so, das ist die Statue, oder wie? Mit Rechtsklick auf den Zombie machst du ein Geräusch, mit Rechtsklick auf den Creeper... ne, Vision. Ob die sogar Schaden macht. Die sogar Schaden macht, also wenn der Block das Ding nicht aus wäre, würde der wirklich sich selbst in die Luft sprengen. Autonomous Activator und dann die Mobs damit bekämpfen. Ja, da gehen die Autos dabei weg. Ja. Stimmt, scheiße. Dann stellen wir die Milch, die Zünder und Autonomous hier. Du schaffst das. Hm? Kannst du das hier Twilight Forest mit drauf haben? Kannst... Oh ne, Implevel ist von Natura. Okay, ich dachte schon. Potatoes. Mach ich mal deinen Job und pflanze oben weiter ein bisschen mehr Erde hin, ne? Das wär gut, ja. Scheiße, mit dir überfordert zu sein, rechtzeitig die Erde hier rauszunehmen direkt. Willst du mich hier irgendwie und so anders sein? Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Dann mach den Scheißer selber, okay. Ich kann nicht mal die Pflanze in meinem eigenen Zimmer am Leben erhalten. Das ist, ähm, da werde ich wohl kaum ein eigenes Feld anvertraut kriegen sollen. Tollen tun. Dann solltest du dich nicht beschweren bei mir. Aber keine Beschwerde. Okay, also da würde ich wohl rufen. Eine Interaktion. Mädel. Ja bitte? Ja bitte? Yay, wieder AFK rumsitzen. Achso, die Sonne geht grad auf. Hm. Oder geht's auch grad unter? Sie geht zeitlich. Das ist das Logischste, ja. Ja. Nein, ich glaub sie geht unter. Simon? Ja? Wie ist das jetzt mit dem Entfackeln oder so? Jaja, machen wir mal. Wenigstens glaub ich, dass das wirklich untergeht, die Sonne gerade. Ja, das wird auf jeden Fall dunkler. Hm. 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 Na dann. Hier soll es mal hin. Halte mal an. Ja, die Entfernung reicht auf jeden Fall. Jo, wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Wo ist meine Pfanne? Ich liebe diese Pfanne. Weil mittlerweile können wir uns doch auf Half-Self spawnen, oder? Vielleicht. Nee, immer noch nicht. Also oft, wenn sie... Wenn sie doppelt sind schon, oder? Wenn sie doppelt sind schon, und auch wenn sie einfach aber so sind, dass es ein normaler Block ist. Ja, also okay. Also Spawnpunkte haben die also auf meiner... Ich sag' fünf Stück. Sechs Stück. Du kannst auch, glaub ich, F7 oder F8 drücken und siehst das. Ja, Problem ist nur... Die Monster-Spawn-Rate da unten ist relativ gering, weil direkt darüber die Mob-Spawner ist. Hört mich nur grad so auf. Oder steht noch irgendwer zu nah dran. Kann sein, ich bin grad im Haus. Vielleicht bin ich ja du. Nee, Dore war das. Okay, du... Freshest Dore, nee... Das machen wir nicht. Ja, die 10 Redstone. So. Ich glaub das reicht fürs Erste, oder? 10 Redstone. Sollte, ja. Ist das nur irgendwie Endermang hinbekommen? Klar, die könnten ja im Regen eh nicht spawnen. Stimmt. Gut, Redstone. Können wir uns erstmal wieder ausleuchten. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Pie-Ofen? Äh... Du kannst es dir durchlesen. Okay. Wollte ich grad machen, aber es ist nicht so wirklich interessant für ein Video. Deswegen mach du mal. Wär du der Stein-Experte. Andersrum glaub ich, oder? Äh... Geht doch so rum. So, und... Ich denk mal, Redstone Convents wollen wir machen. Gut möglich. Wir haben keinen Blei mehr. Oh man, die Erde kommen gar nicht mehr hinterher. Wie? Also die Barrels irgendwie. Die sind viel zu lahm, die Barrels. Hm. Ich hab die grad schon wieder ausgeleert, ne? Ja, ich füll sie grad wieder komplett auf. Ja. Ach, Bildscherf ist gar nicht mehr drauf. Bis wegen den ganzen Engines nicht. Hä? Warum ist es nicht mehr drauf? Weiß es nicht. Ach so. Damit hast du jetzt eine Frage. Wir haben so einen gastes Stock jetzt da da. Nur um daraus Erde zu machen. Ne, mir kommt es effektiv nicht drauf Gut, das erklärt so einiges Ja Also muss es tatsächlich der letzte Unsein Ja, dann Och, jetzt liege ich da im Bett Jetzt regnet es nicht mehr, aber jetzt ist ja die Nacht gleich vorbei Naja, es ist gerade Mitternacht Ja, dann kannst du ja nochmal alles auslöschen Bin ich gerade bei Eine Sache, die will man ruhig öfters hören, ne? Kannst du ruhig alles auslöschen Boah, weil ich gerade so einen Sprung wagen habe Ich habe mich sofort dagegen entschieden, weil ich bin nicht dumm Okay Ja, so einen Sprung, den man standardmäßig eigentlich so Ja, das könnte ich schaffen, mache ich Bin ich kurz vorher wieder stehen geblieben Wenn ich es nicht schaffe, da drunter ist Abgrund Dann mal alle fern vom Raumkopfding ansammeln Also das müsste reichen, aber Du auch, bitte? Entschuldigung, komm her In der Hoffnung, dass da hinten überhaupt irgendwas spawnen kann Wenigstens auf den Erhöhungen darf er spawnen, weil die sind auf jeden Fall den ganzen Block hoch Der Rest nämlich nicht Sieht auch nicht so aus Ja, da will ich spawnen Wofür brauchen wir das Ziel eigentlich? Nur für Quests, oder? Ja Vorwiegen für Quests, ja Okay, kein Ding Gut, gehen wir Gut, dann machen wir es halt andersrum, dann lassen wir die Fächer bei den Hühnern spawnen Ja Mache ich die Fächer und die Fächer da hinten weg? Ja, dann mache ich die Fächer bei den Hühnern schnell weg Und ihr könnt mal zu meiner Soundcraft Base laufen, so langsam Ach man, ich wollte gerade das Ding anfangen Ja, später Die Nacht ist also so fast vorbei Frank Hm, ein bisschen Lüge Das letzte Stück Lüge Jam Hey Das war meine Lüge Von hier sieht man gar nichts Da bin ich Nice Ja, wir haben ja Minimap Ja, bei meiner habe ich ausgeschaltet Also meine Mops-Anzeige Wie kann man die eigentlich größer machen? Oder rein zoomen? Äh, mit Z Mit Z? Okay Hm, schon besser Danke Sieht auch nicht so aus, als würde da was Doch, Enderman, ja Gut Enderman Aufi Sprintangriff mit meiner Pfanne Nein, lass das lieber sein Ansonsten ist der ja wieder drei Kilometer weit weg Der ist da wieder bei der Barrel Duggie spawnd Soll ich den wieder mit der X machen, oder? Ja Jo Okay Aber scheinen dabei erstmal an am besten Ja, geht auch so Fünf, sechs Ja Geil 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 Ja, ich mach mal raus Ja, warte Ja, den hab ich gemacht, aber okay Oder wollen wir die jetzt erstmal abgeben? Ich, ich, ich leuchte schon wieder raus, kein Problem Lass uns die mal abgeben am besten, ne? Lass mal kurz gucken Glowstone Dust und Soul Sand brauchen wir noch Weil dann kriegen wir vier solche Creepy Doys, da werden wir wohl eine Perle dann wieder rauskriegen Okay, ja, genau Machen wir's so, genau, Glowstone Dust und Soul Sand Und die nächste Layer Was ist hier jetzt? Potatoes Genau So, mal schauen, nehmen wir den Fisch oder nehmen wir das Schwert? Hm Was, wie? Die haben beide Enchantments Naja Wahrscheinlich hat der Fisch irgendwie Schaden des Fünf und das Schwert zurückgetatscht oder so Also ja, überlegt euch mal, wer was nimmt Also jeder erstmal eins zum Gucken und die restlichen beiden nehmen dann das Bessere Okay Ich ne Fisch Okay Ah ja Nein, ich nehm das Schwert In das Schwert In dem Schwert kann man wenigstens irgendwas tun Okay, ich nehm, ich nehm Fisch, ich nehm Fisch Wo denn überhaupt? Fungus Among Us Fire Aspect 5, oh, ist das Auf dem Schwert oder auf dem Fisch? Auf meinem Schwert ist C-Clatch 1 Ich wusste Ich nehm den Fisch Ja Ja, der Fisch hat Fire Aspect 5, also so schlecht ist der nicht Der brennt, macht halt Leute brennend Mhm Aber ich mein, das mit dem C-Clatch 10 ist immer noch das Geister Schwert Jo Ich hab doch mal ne Creepy Doll bekommen, hä? Ja Ja Ja, die kriegen wir auch noch Für nächste Nacht Achso, stimmt, geht ja gar nicht Ui, da fehlt wieder alles raus Ich hab den mal da reingelegt 41 Herzen, meine Fresse Ich probier mal mit dem Schwert irgendwie Leafs oder so zu machen, vielleicht geht das Take Touch Ja, das geht Okay Das geht auch Wir können weiter abbrauen Das ist auch so klar Ja gut, das hält zwar jetzt nicht unbedingt lang Da ist Wasser übrigens, ne? Ja, ich brenn gern Ach richtig, da war ja was Nice Ich vergesse immer, dass er immer so riss Au, okay, langsam bräuchte ich Wasser Naja, okay, doch nicht Okay, ja, wenn du mehr, äh, irgendwie Dreck brauchst oder so, dann kannst du den ganzen Bäume hier zurücktatschen Da kannst du den ganzen Bäume antatschen, ja